UNTERTITELUNG Ich bin Judy Wood Judy, ich habe ein paar Freunde Miss Ashwari, ich bin Judy Wood, Ihre neue Anwältin Das Asylrecht gewährt zwar Schutz, Voraussetzung ist jedoch, man gehört einer verfolgten Gruppe an Wenn wir es beweisen können, hat er einen rechtlichen Anspruch auf Asyl Sie müssen Ihre Geschichte erzählen Ich wurde verhaftet, weil ich wollte, dass alle erfahren, dass Mädchen selbstständig denken Das Asylrecht erkennt Frauen nicht als schutzberechtigte Klasse an Ihre männlichen Verwandten sind dazu verpflichtet, die Familienehre zu wahren und sie zu töten Ich als Frau applaudiere ihn Als Richterin muss ich jedoch gegen sie entscheiden Das ist eine überzeugende Grundlage, um Berufung einzulegen, wenn wir es entsprechend darstellen können Wir müssen uns jeden Fall von ihnen, jeden Beratungsvorgang Ich bin schon dran Ed will, dass ich bei ihm lebe Er hatte nie deine ungeteilte Liebe, weil du sie für deine Klienten aufbewahrst Ich wurde in Afghanistan ins Gefängnis geworfen und hier auch wieder Aber in Amerika kann ich mich dagegen wehren Wir sind eine Nation von Einwanderern, wie mein Vater Es ist ein schöner Tag heute, davon gibt es nicht besonders viele hier Wir haben eine letzte Chance Selbst wenn sie gewinnen, verlieren sie Einfach jeder wird ein Wunder von ihnen erwarten Judy! 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 Sie können nicht alle retten Ich kann's versuchen Give me something to believe Give me something to believe Ich habe jetzt vor